hey yo leute und ein herzliches willkommen zu unserem video hier bei metopolo ruhrgaming ich habe mir gedacht 1 2 und 3 ist gedreht jetzt kommt der vierte da sind wir und ja wir sind hier auf der linie sp24 von durm und mengen bahnhof richtung über datenbus bahnhof wo wir gerade stehen richtung und wir haben schon sehr viel verspätung deswegen würde ich gar nicht so viel schnacken sondern sachen packen sondern direkt mal los hier und da kommen wir schon wieder eine neue meldung die kenne ich überhaupt nicht hatten wir noch gar nicht also auf dieser fahrt hier wer die den ersten und zweiten teil nicht gesehen hat und den dritten den verlinke ich gerne die ersten drei die letzten drei videos im in der playlist um sie auf meinem kanal verlinke ich euch und auf geht's wie gesagt wer es nicht mitbekommen hat wer es nicht mitbekommen hat der wird sich wahrscheinlich wundern dass ich gleich die ansagen von vorne aussprechen also ohne anzeige anzeige stimmen und rum deswegen nicht wundern ihr könnt es euch gerne in teil 3 angucken das war der letzte teil genau genau und unlenkt viel fallen hat der bus auch werdet ihr aber alles in 1 2 und 3 sehen also von daher ich fahre ihn auch gleich zum betriebshof der wird übernommen muss man mal gucken so unsere nächste halt ist muss ich mal kurz gucken im winke ist unsere nächste halt aber nicht hier geht noch weiter weil wir ja in sp schnell buslinie sind müssen wir nicht an jeder halt schnell anhalten sondern nur weit auseinander zu stellen wenn wir nicht geschenken um da oder wir Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ui, Poli. Morgen. Jetzt müssen wir ab. Einmal vorsichtig ranfahren. Polizei. Beep. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach gucke an, da ist die andere SP24, das bedeutet, entweder sind wir zu früh oder zu spät, also, aber das kann nicht sein, also, ne, die kommen nicht alle 60 Minuten, glaube ich, hoffe ich, das wäre dramatisch, finde ich, also, die ändert sich auch nicht die Zeit, also, die geht ja nur ununterbrochen hoch, eigentlich müsste die ja jetzt vielleicht bei 60 Minuten sein, weil ich gerade so gerast bin, aber die geht ja ununterbrochen nur hoch, also, von daher steinrappener Weg ist in so einer Zeit. Gott, die vor uns hat auch Probleme, ne? Hört sich zumindest so an. Junge Schau, schau, schau. Schau, 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 schau. Schau, schau. Schau, schau, schau. 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 wo er Erden schwiegt, wo er Mitte ist. Ey, du links fährst aber nicht rüber. Passt zu sind mir alle. Abkopf nach vorne. Wer bestimmt hier gleich jetzt hier rüber, zieht er wieder raus. Luftdruckprobleme hatten wir übrigens auch. Ne, hat er doch nicht. Als Blatt er nicht sah, dann hätte er auch schon früher rüberkommen. Komm, da wäre ich da. Das ist mal wieder Kai-Din-Dick. . . Bis zum nächsten Mal. 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 Danke. Auch keine Einholsteine. Gut. Nichts. 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 Drecklinghausen. R.E.H.B. Ach, guck mal, wer doch mal ein Pferd. Unser Kollege. Hört sich aber auch nicht mehr so gut an. Kip. Tief. 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 Links sehen Sie im Pausenhof, rechts befindet sich hier recht ein Pausenhof. Ich habe es inzwischen schon angefunkt, die meinte, es kommt ein neuer Bus raus. Wir wollen nicht riskieren, dass wir Männer auf der Strecke stehen. Ah, Lenkwies halten. Oh, Busstau. Ähm, genau. Also wir wollen nicht, dass wir Männer auf der Strecke stehen bleiben und die dann bis dahinten in neun schieben müssen. Wir wollen nicht, dass wir die Strecke stehen bleiben und die Strecke stehen bleiben und die Strecke stehen bleiben. Wir wollen nicht, dass wir die Strecke stehen bleiben. Wir haben 6,20 Euro eingenommen. Wir wollen nicht, dass wir die Strecke stehen bleiben und die Strecke stehen bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann warten wir mal. So, das hätten wir dann auch erledigt. Da vorne ist der Kollege, wird auch jetzt kurz Bescheid sagen, in der Leitstelle nochmal, dass er hier an mich übergeben hat, den Bus und den anderen von mir übernommen hat und jetzt zur Werkstatt oder was kommt, würde er kurz Bescheid und dann würde er auch abdüsen. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre es nett, wenn ihr es tun würdet. Und supportet mich gerne weiterhin, so wie ihr es im Moment getan habt. Ich bin total dankbar euch gegenüber, dass ihr mich so supportet. Aber gut, ich kann es jetzt nicht immer sagen, weil irgendwann wird es in euren Augen glaube ich so von wegen, ja, der sagt das doch nur, damit wir da weiterhin gucken und supporten und so, aber der meinte es doch eigentlich so ernst. Also deswegen werde ich kurz fassen, doch, ich meinte es ernst, aber wie gesagt, haut rein. Das war es von diesem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer mit Polo Gaming. Ciao.